So, ich hab eine neue Maske freigespielt, geh ans Telefon und... Warum hab ich jetzt den Scheiß herkriegt? Bin ich behindert? Egal. Gut. Also. Prank-Call. Kommt mir gleich jetzt bekannt vor? Na? Kommt mir gleich erst, hm? Okay. Hallo. Guten Tag, Sir. Ich musste dich töten. Sehr hart, wie ein Dippschit. Hallo? Ja, gut, ich werde das hier erstmal kein... Nur noch den Fetten da, aber sonst erstmal keinen. Achtung. Stay away from me! I'm really fat! Security, Security! Look, Sir, please don't kill me! I'll go anything! Then suck my knife! Okay. So. Also, jetzt rufen wir mal hier einen gewissen Herren Schniedelwurst an. Und wer kommt denn da? Macho, macho, man! Hör auf! Chapter click, go to bike. Chapter click, go to bike. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Hoppala. Wenn ich mir ins Wasser laufe.